so guten morgen zusammen hier ist der neue tag neuer shop und wie ihr seht wir haben gestern alle aufgaben fertig gemacht der neue skin beziehungsweise das neue layout von dem skin ist hier zu sehen wie gesagt wir bekommen dafür das rücken accessoire die pickaxe bekommen wir und genau diesen kleider also einfach mal auf dem kanal abchecken wie gesagt ich habe alle aufgaben jetzt gemacht war eigentlich so an sich relativ easy dann am ende also das irgendwie nichts dabei wo man wochen stunden dran hängt das einzige was bisschen mit glück zu tun hat ist die epische kiste da hatten wir die eine runde ja wo wir schon zwei kisten gefunden haben und ein lama also das ist das einzige was mir jetzt noch fehlt dann habe ich das auch schon komplett wie ihr seht zwei kisten fehlen noch aber ich denke mal es wird schon heute irgendwie im laufe des tages hinkriegen aber den skin bekommt man ja schon wenn man eine aufgabe übrig lässt von daher passt das ganze so dann erst mal dank an alle die so fleißig kommentiert haben also euer support wie immer voll da so dann würde ich sagen wir gehen noch direkt rüber in den shop wir sehen schon die nfl ist wieder zurück genau hier also einmal der weibliche skin mit ganz vielen sachen also ist schon heftig muss ich echt sagen also so viel hätte ich ja doch nie erwartet man könnte so was könnte man eigentlich braucht bei den fußball skins mal erwarten so bayerns gehen dortmunds gehen also ich glaube wir brauchen hier aber auch nicht alle durchzugehen ich meine jeder der fußball guckt wird wohl wissen wer hier was ist weil für fußball ganz ehrlich da bin ich dann doch raus also ich aber so viele skins aber ich meine es ist immer derselbe skin nur halt immer mit anderem aussehen aber ist natürlich schon heftig so man kann die nummer ändern und 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 also da gibt es einiges zum auswählen das ganze aber natürlich ins insgesamt ich meine vier verschiedenen skin arten also von hautfarbe gesicht aber ob man wirklich alle vier braucht das ist natürlich hier die große frage ich denke mal einer reicht der definitiv dasselbe haben wir natürlich dann in der menschen variante wie ihr seht immer noch genau dasselbe man kann die nummer hier auswählen bis 99 nehme ich mal an ja bis 99 kann man gehen die null gibt es natürlich auch aber ja es ist halt ganz viel spielerei sage ich jetzt mal aber es ist halt schon heftig dass das wirklich so viele verschiedene sachen sind und da hat er sich doch was gutes einfallen lassen würde ich sagen für alle football fans natürlich bombe nur für mich persönlich naja so dann natürlich bei den männlichen skins auch mit den vier verschiedenen gesichtern hautfarbe alles ist dabei also da denke ich mal wird jeder irgendwas für seinen geschmack finden aber da würde ich mal sagen gehen wir trotzdem mal weiter so dann haben wir natürlich hier die weibliche schiedsrichterin ist natürlich immer besser frauen und schiedsrichter aber mit denen brauchst du erst gar nicht rum zu diskutieren alle wissen es wenn der frau sagt das war es dann war es das so für 800 V-Works kann man auch absolut gar nichts sagen also der skin an sich ist wirklich top und für 800 V-Works wie gesagt top dann dasselbe natürlich in der männlichen variante da hätte ich mir aber ehrlich gesagt einen anderen skin gewünscht also nicht vom aussehen her sondern vom typ her weil der weiß nicht da haben wir irgendwie bessere skins eigentlich aber natürlich trotzdem auch nice und für 800 V-Works kann man eigentlich nichts verkehrt machen dann haben wir die messhacke die habe ich noch nie ganz verstanden ich finde sie auch immer noch irgendwie komisch ich weiß nicht das ist eine der selten komischsten pickaxe die wir haben so das war das schon wieder dann haben wir den touchdown tanz mal wieder was ich weiß nicht wie sie guckt woher kommt da noch mehr kommt da noch was kommt da noch was oder guckt die hätte sich ganze zeit so Ah ja, Bruder muss los! Dann haben wir einmal den Touchdown Kleider, nochmal, der ist eigentlich nice, das ist halt wie so ein typischer Uji. Der sieht wirklich nicht schlecht aus. So dann haben wir nichts da, beziehungsweise nichts da. Nichts da, ist okay, aber eigentlich doch, wenn man Killen gemacht hat, drückt einen den Gegner den rein, das schmeckt dann schon. Dann haben wir Goldener Football, die hört sich wieder geil an. Dann haben wir Timeout, das ist eigentlich auch nice. So, dann haben wir das Football Tower. Da muss man sich dann auch wieder fragen, was ist denn da los? So, das waren dann die ganzen Football Sachen, aber wir haben natürlich noch unseren normalen Job, nämlich einmal die neue Pickaxe hier mit dem See-Igel. Dann haben wir diesen Punkten-Skin, den damals keiner haben wollte, jetzt ist er aber im Shop. Ist nicht schlecht, das ist halt so doof. Hier vorne ist es halt einfach zu lang. Der Kopf wirkt dadurch, keine Ahnung, wie am Kopf festgehalten und hochgezogen. Irgendwie ein bisschen seltsam, aber von hinten sieht er nice aus. Von hinten echt okay, auch mit dem Brücken-Accessoire. Also für 1200 V-Bucks echt ein nicer Skin, würde ich sagen. Dann, das hatten wir schon. Dann haben wir hier natürlich wieder den kleinen Wikinger, der Magnus. Aber 2000 V-Bucks, naja, ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. So, dann haben wir hier natürlich noch die Pickaxe. Damit darf man sich auch nicht auf die Finger hauen. So, wie gesagt, der Skin, ja, ist okay, aber 2000 V-Bucks ist halt, ich weiß nicht, ich finde die 2000 V-Bucks echt heftig. Ein bisschen teuer. So, dann haben wir Astro wieder drin. Astro Coupé, Kappa. Ja, ist okay der Skin, aber ich muss sagen, man sieht ihn relativ selten. Aber ihr dürft halt nie vergessen, wir sehen den Skin eigentlich immer nur von hinten. Und so ist er eigentlich nice. Von vorne sieht er eigentlich sogar besser aus als von hinten. Ja. Natürlich auch in verschiedenen Stilen, habe ich ja schon mal gesagt. Einmal die männliche Variante, würde ich sagen. Hier die. Das hier ist eher so die weibliche Variante. So spielen wahrscheinlich Frauen den eher. Weil, naja, Sternchen und Männer. So, dann hier die Tarnung. Die ist wirklich nice. Also die. Oha. Oha. Doch die Tarnung ist wirklich top. Die hat was. Definitiv. So, dann haben wir das weiteren. Die Nara drin. Oh, der letzte chinesische Skin. Dann hat sich das Thema mit den Chinesen anscheinend auch schon wieder erledigt. Grüße gehen wir raus. Aber der ist auch nicht. Der hat auch dieses Goldene. Der wird eventuell sogar dann meine Goldene Pickaxe passen. Doch der ist wirklich nice. Warte mal grad gucken. Mit Rückenaccessoire. Doch der ist spielbar. Der ist definitiv spielbar. So, dann ist Birdie wieder zurück. Ein ganz schlichter Skin. Da wünscht man sich gerade einfach wieder die Fortbewegungsmittel zurück mit dem Caddy. Und dann haben wir Ratschlag. Unendlich. Man kennt das. Boah, da darf man echt nicht zu lange hingucken. So, dann haben wir Billy Bones. Ding, 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 Ding. Wie der eigentliche Musik heute drin. Dann haben wir den Golfschläger. Gott ey, der Shop ist ja echt riesig heute. Dann haben wir das neue Emote. Freemix. Gott, wie hat denn da die Stimme gemacht? So, und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Credit Code. Yt-Family-Hack. Damit würde ich sagen, war es das für alle, die den normalen Shop machen sehen wollen. Wir gehen jetzt noch ganz schnell rüber zu Rettet die Welt. Gucken, was es da Neues gibt. Aber da muss ich schon direkt alle enttäuschen. Es gibt auch heute wieder keine V-Bucks Mission. Also ich weiß nicht, irgendwie V-Bucks Missionen, da werden wir kurz mal verwöhnt für 4-5 Tage. Und dann war es da schon wieder mit V-Bucks Missionen. Also es ist echt irgendwie ein bisschen schade, dass da Epic Games nicht irgendwie mal so eine Richtlinie hat. So alle 2 Tage, alle 3 Tage. Und dann weiß man wenigstens mal ungefähr wie und wann. Und dann kommt nicht irgendwie mal ein Tag 3 Missionen, dann wieder 2 und dann wochenlang gar keine. Also das nervt dann schon ein bisschen. So, ich weiß nicht, ob ihr meine Katzen hört, meine Frau füttert die gerade. Hätte auch gerade 2 Minuten warten können. Oh Gott, die Katzen ey. So, hier haben wir dann noch einen Upgrade-Lama. Oh Gott, hier ist nur Schrott drin. Die werden sich wahrscheinlich viele holen, wegen den 2 Überlebenden. Wer sie gebrauchen kann, da wirklich zuschlagen, guckt einfach, ob euer Team dazu passt. Und dann Abfahrt für 100-2-Ski-Bucks macht man da nichts verkehrt. So, hier hat sich auch nichts geändert. Hier habe ich auch noch nicht eingekauft. Aber werde ich natürlich machen, sobald ich mal wieder so einen kleinen Radity-Welt streamen mache. So, dann haben wir noch einen Lama. Ich hoffe, da können wir ein bisschen was Gutes drin finden. Da 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 da. Da 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 da. Und. Ach komm. Nein, nicht ein Blauen. Wechsel. So, hier mit. Ach ja. Ach ja. Ich glaube, das war es dann schon. Boah, schmeckt. Ein bisschen mehr Überlebende wäre mir natürlich lieber gewesen. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Denk dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, haut rein. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020